Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Richtig, wir spielen mal wieder Rocket League. Ich blamiere mich, ihr habt was zum Lachen. Es ist die Season 10 draußen. Nein, ich habe den, passt mir leider noch nicht gekauft. Werde ich aber noch machen die Tage. Und dann gucken wir uns mal den schönen GTI an. Das ist der Golf 1 GTI. Was war das? Ein 1,8er mit 115 PS oder so? War das so in der Richtung? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Kann mich aber auch täuschen. Bin kein VW-Fan, aber GTI ist Kult, den muss man kennen. Ansonsten lange Rede, kurz Sinn. Los geht's. Ja, ich glaube, es geht gleich los. Gleich ein volles Team da. Yes, baby, los geht's. Okay, ich habe mich für Eishockey entschieden. Oder für Hockey entschieden. Das ist ja das normale Rocket League. Weil man sieht, es sind die normal großen Tore. Bei Eishockey hat er ja die kleinen Tore, wie es sich gehört. Nein, yo, berührt. Scheiße. Yes, baby, so kann es gehen. Nein, 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 falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Okay, ich soll mich auf die kleinen Punkte konzentrieren. Kein Problem. Ja, sehr schön, sehr schön. Nice. Fuck. Ja, Rocket League ist und bleibt nicht meins. Ich kriege es irgendwie nicht hin. Oh, ich habe versucht, die Fahrer zu blockieren. Ich habe irgendwas gemacht. Ich weiß nur nicht was. Läuft doch, läuft doch auf mein Knie. Ja, okay. So, es läuft. Und der Puck geht in die falsche Richtung. Ja, teammate hat ihn. Jetzt habe ich mich gar nicht konzentriert, gar nicht aufgepasst. Aber was soll ich machen? Nein. Okay, ich glaube, das Gegenteam ist ein bisschen besser als wir. Wir sind hier alle Noobs auf meiner Seite. Macht nichts, kann passieren. Was soll man machen? Okay, okay. Angriff, Angriff, Angriff. Ist die beste Verteidigung, habe ich gehört. Los geht's. Ja, ich spiele ihn quasi den Ball zu. Ich meine, die Puck zu. Kein Problem. Was soll ich sagen? Der Puck ist in die falsche Richtung unterwegs. Nein, 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 nein. Oh, danke. Hä? Der Blaue hat ihn gestoppt, um nochmal vorzulegen. What the hell? Ey, du musst doch vorstellen, der Blaue stoppt ihn, legt ihn seinen Teammate vor. Das ist ja richtig bloßstellend von uns. Alter Falter. Mist, nein. Fuck. Nein. Ich wollte vor dem Puck, nicht hinter dem Puck. Yo, 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 yo. Das sieht schon mal gut aus. Kommt. Ja, nein. Scheiße. Ich bin hier immer voll dabei. Ich mag zwar kein Fußball und Hockey, aber ich bin voll dabei. Ja, Sport macht schon nervös, ey. Schlimmer. Ah, Mann, schon wieder drüber. Als jeder Ego-Shooter. Ja, 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 ja. Kommt das hier. Ja. Gut gemacht. Nuxilion. Wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß, ich kann nicht mit Sprachen. Kann nicht mal mit deutschen Namen. Also, das ist bei mir mit Aussprache nicht ganz so gut, wie es sein sollte. Da hatte ich ja gerne ein Tor gemacht. Das sehr gut aus für meinen Kanal. Aber wir nehmen das auch so hin. Hauptsache, wir haben einen Ausgleich. 1 zu 1. So. Ah, nein. Ich habe mehr wieder vorgelegt. Ich will im Rocket League. Ich werde da auch nicht warm. Nein. Nein. Komm. Oh, voll gegen die Kante. So geht das. Auto schrotten. Alles okay. Ja, ich weiß, man kann sich zum Drehsprüngen bewegen. Ich krieg das aber nicht geistig hin. Merkst einfach dann doch das Alter bei mir. Die Reflexe sind nicht mehr voll da. Ja, sorry, ich bin 40. Ist nicht mehr so viel. Bin ja froh, dass ich noch meinen Ego-Shooter gut durchkomme. Ja, das sah gut aus. Nein! Ah, Mann! Ich und Drehung, ich und Sprünge, das klappt einfach nicht. Yo! Von Storken. Sehr gut, sehr gut. Tor von von Storken. Das liest natürlich auch echt gut, oder? Tor von von Storken. Geiler Name. Nice, okay. Egal, voller Angriff. Kann nur schief gehen. Ich treffe den GTI. Aber schön, dass jemand in einem Team, der sich den gleich mit dem Pass gekauft hat. Irgendwann ein echter VW-Fan. Aber ja, ich würde mir auch noch holen. Ich habe nur gerade bis zum 15. noch nicht so viel Geld auf der Kante, ne? Ich sage nichts mehr dazu. Egal, ich habe, glaube ich, zwei sehr starke Teammates. Und ich glaube, ungefähr sind wir gleich stark. Gut, die anderen haben mich noch im... Nein! Nein, Team. Ernsthaft? Wie geht denn das so einfach? Läuft echt gut. Ich sage, wenn man mich im Team hat, ey, der braucht keine Gegner. Das ist... Oh, es ist leider kein Ego-Shooter. Ach man, ich schwöre, da bin ich besser. Da bin ich echt besser am Ego-Shooter. Guckt meine Videos. Ich habe Platz gemacht. Ich habe kein Torbo. Fuck. Ja, Torbo Points. Torbo Points. Ja, immerher damit. Immerher damit. Ja, 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 ja. Ja, nein. Ja, nein. Wo bin ich denn ganz hinterm Arsch? Mist. Und unser Tor ist komplett wieder frei. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was kann man? Oh, nein, doch nicht. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Nicht gut. Okay. Ich wurde Boom gemacht. Ich bin kein Saboteur. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich bin so scheiße. Ich bin einfach so scheiße. Ich werde schon von eigenen Teammates geschubst, weil die merken, ich bin scheiße. Ja, das kann passieren. Warum spätst du es dann? Ja, reine Unterhaltung. Reine Unterhaltung. Nässt zu weit weg kein Torbo. Nur 12, das ist zu wenig. Ich versuche ja mindestens die anderen Fahrer zu blockieren. Aber an meiner Leistung. Ich glaube, wir verlieren die Runde. Wir haben noch eine Minute. Können wir jetzt ein bisschen blockieren. Mehr war nicht drin. Ballet. Ja, ja, nein. Eigentor. Oder? Ja, ne? Geil. 3 zu 3. Wir gehen die Verlängerung. Okay, das ist nicht gut. Verlängerung ist nicht gut. Endlich gewinnen wir das Ding und verlieren. Verlängerung ist immer so ein bisschen doof. Aber macht nix. Okay, 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 okay. Voller Angriff. Yes, baby. Und? Ich habe keinen Torbo. Fuck. Das mache ich hier. Oh man, ich habe nur noch zwei Torbo. Okay, 14. Ja, schön hoch. Aber die nächste kriegt ihn. Das gibt es doch nicht. Ey, das ist doch nicht witzig. Ich weiß, die kleinen Punkte. Ich habe es mir gemerkt. Ja, komm schon. Nein, wo bin ich denn? Erzählt, dass ich mit dem Tor. Oh man, es gibt auch noch Verlängerung. Ich fasse es nicht. Alter, Schweden Verlängerung. Naja, mal gucken. Vielleicht ist ja auch gleich vorbei. Vielleicht macht ja einer ein Tor. Wir oder sie. Und ja, man kann auch von natürlichem Tor sprechen. Es ist ja ein Tor. Nein, falsche Richtung. Nein. Nach 90 Sekunden Verlängerung hat der Gegner gewonnen. Wir sehen uns gleich wieder. Round 2. Okay, mal gucken, ob ich jetzt besser bin und mein Team. Ey, mein Team ist zwar gar nicht so scheiße, aber hast du mich im Team, hast du ein Problem? Nein, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Aber diesmal sind wir blau. Eben noch rot, jetzt blau. Gut, in dem Fall orange. Aber meine Farbe ist... Nein, ist halt blau. Und die andere Farbe ist so round. Mann, das sah gut aus, was er gemacht hat, aber... Okay, okay, schön nach vorne geboostet. Natürlich der Pump wieder nach hinten. Das gibt es doch nicht. Was soll ich sagen? Ich weiß doch nicht, was ich tue. Wow, das war eine schöne Aktion. Also, nice. Ich bin eigentlich hier der fahrende Reporter. Kann das eher sein? So, weißt du, ein bisschen das Spiel dokumentieren. Nein. Fuck. Ich darf den ganzen Torbo verblasen. So geht's. Ich habe ihn bekommen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was mache ich hier? Ich glaube, ich habe das Tor verhindert. Alter, war das gut? Wenn ja, lass mal ein Abo da. Okay, das war scheiße, aber ich konnte trotzdem bitte ein Abo da lassen. Das wäre sehr liebenswürdig. Nein, zu schnell. Fuck. Nein, ich habe meinen eigenen Spieler geblockt. Nein. Oh Mann. Ich habe meinen eigenen Spieler geblockt. Also, ich glaube langsam, dass die Gegner, also meine Mitspieler immer wieder denken, ich werde vom Gegner bezahlt. Ich mache das nicht extra. Ich verliere die Orientierung. Das ist das Problem. Schon wieder, eigenen Teammate geblockt, obwohl ich auf den Puck visiert habe. Meine Verteidigung, der Puck war voll weg. Nein. Nein. Okay, diesmal war ich nicht schuld. Diesmal war ich nicht im Weg. Nein. Diesmal bin ich einfach nur hinter den Poker gefahren. Und ja, diesmal war ich unschuldig. Oh Mann ey. Wir werden so zerrissen gerade, aber macht nix. Warum auch nicht? Es gibt Leute, die können das. Die haben die Reflexe dafür. Und die Ausdauer. Was mache ich? Alter. No way. Nein. Oh mein Gott ey. Ich dachte, ich bin jetzt schuld, dass es noch ein Tor gibt. Ja, natürlich. Ich will, ey, ganz ehrlich. Die machen gerade als dieselbe Taktik. Die spielen den Puck hoch an die Wand. Wir wie blöd hinterher. Und der andere macht n rein oder so. Also, oder er selber gerade. Alter, okay. Ich muss sagen, es sieht geil aus. Die Person hat Ahnung, was sie tut. Respekt. Aber ey, das ist doof. Wir verlieren gerade hoch. Wir konnten auch nicht mal ein verdammtes Tor. Ich wollte boom. Wir konnten nicht mal ein verdammtes Tor machen. Sehr schön. Kussi, bussi. Hallo. Okay, das muss sein. Das muss sein. Wenn ich schon nichts kann, dann blockiere ich einen Fahrer. Kein Problem. Entweder blockiere ich mein eigenes Team. Oder die Gegner. Okay, das war minimal gut. Aber, ähm, ja. Das aber, sag ich oft, ich weiß. Nein, falsche Richtung. Team Aids. Macht was. Alter, das gibt's doch nicht. Ich glaub, das war jetzt mal die Jessie. Kann das sein? Weil es ist wieder dieselbe Attacke ist. Guck an die Wand klatschen und dann reinfahren. Aber ich glaub, das ist ein richtiges Team. Ich glaub, die kommunizieren miteinander. Glaub ich nur, ich hab so... Nein, nicht auch wieder. Verdammt sind die gut. Verdammt sind die gut. Was soll man dazu sagen? Naja, gut. Nach 2 Minuten 40 ist das Spiel vorbei. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt keine Verlängerung. Ja, 2 Minuten 40 plus eben diese... Äh, 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 war... Zwischen denen... ähm, filmfrequenzen... Frequenzen... All ich kann manchmal nicht reden. Das ist so dumm. Bildet euch und lest mir. Das ist wirklich eine sehr positive Sache. Komm schon, bitte. Ein Zufallstor. Ein Zufallstor. Meine Güte. OMG, ein Zufallstor. Das musste für das Video her erhalten. Das musste. Also mindestens ein Tor in zwei Runden. Das muss doch drin sein. Ja. Glückstor, ja. Aber, ey. Gutes Gefühl. Auch wenn es scheiße war. Ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also immer dieses über die Bande spielen. Nein. What the fuck? Nein. Ey, jetzt gibt es doch nicht. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir uns auch noch dazu gebracht, deinen Eigentor zu machen. Das gibt es doch nicht. Wie gut ist das Gegnerteam? Ey, fünf Tore. What the hell? Oder Jesse zuletzt berührt? Ich weiß es nicht. Ist da auf jeden Fall so aus, hätte mein Team mit berührt. Besetzt. Aber okay, was soll ich machen? Ich bin scheiße. Mein Team ist scheiße. Alles cool. Es ist wirklich nur Spaß. Und darf man nicht zu ernst nehmen. Also ich reg mich eher bei der COD auch, weil ich da weiß, was ich kann. Als wenn ich jetzt hier scheiße baue, dann weiß ich ja, aber ich kann es nicht. Also, ja. Ein Game sollte auch eigentlich immer rein. Oh, gut gemacht. Die mir jetzt sein. What the fuck? Wo ist der Puck? Noch schlimmer. Wo bin ich? Wo war ich? Komm schon noch ein Mitleidstor für uns. Komm schon. Ein Mitleidstor. Komm schon. Ihr spielt schon aufs eigene Tor. Komm schon. Ja, komm, ein Mitleidstor kriegen wir noch. Komm schon. Oh Mann, Gott. Mein Gott. Mein Gott, ey. So spannend, ehrlich. Ah, Mann. Komm schon noch ein Mitleidstor. Ein Mitleidstor. Mann, ich schwöre, ich weiß nicht, was ich tue. Ich kann den Scheiß nicht anvisieren. Eine Minute, eine Minute, nein, kein Eigentor, kein Eigentor, kein Eigentor. Wir wollen kein Tor mehr. Fünf reichen uns. Wir sind gesättigt. Wir haben keinen Hunger mehr. Jetzt blockieren kann ich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein, fuck. Ich war zu langsam. Es sah gut aus, oder? Komm schon. Ist jemand mein Team da? Mach die rein. Die mischen uns aber gewaltig auf in der Runde hier. Das ist ja, bis ich hätte brennen müssen. Ich war gerade unsicher, was ich tue. Nein. Ich hasse so ein Feindheitsdorn vorbei. Ich fühle mir Aussicht auf den Puck, ne? Ja, komm, ein Tor kriegen wir noch ein Tor kriegen wir noch. Nein. What the fuck? Was soll das? Also auch, die kriegen gleich noch ein Tor, oder? Bang. Hauptsache, der dreht sich. Scheiße, wir haben verloren. Nein, nicht noch eins. Nicht noch eins. OMG von der Zeit gerettet. Alter Schwede. Äh, ja. Geile Runde. Ich konnte ein Tor machen. Ich hatte ein Mittlerz Tor. Gut fürs Video. Ich kann schreiben. Ein Tor in zwei Runden. Das kommt, glaube ich, gut als Titel. Wenn es euch gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben. Das ist die Kontakt. Wird die Glocke. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und schaltet um 19.30 Uhr wieder ein. Wenn ich irgendwas heute für heute noch aufgenommen habe. Ich weiß es nicht. Lass dich überraschen. Peace. Tschüss. protein. bye. 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 Bye.